So, dann läuft das Schöpfer und wir haben ein Problem. Wir gehen einfach mal hin. So, dann läuft das Schöpfer. 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 Holz fehlt ja komplett. Es ist echt nicht normal sowas. Es ist nicht normal. Es ist nicht normal. Jetzt muss ich wieder bei mir heute abwarten. So, da muss man wieder ein bisschen Holz machen. So, da muss man wieder ein bisschen Holz machen. So, jetzt hab ich ein Schwein. So, da muss man wieder ein bisschen Holz machen. Wunderbar. Jetzt brauche ich erstmal noch Erde. So was ist eigentlich cool. Und dann tun wir die Hälfte der Erde klauen. Wenn man so viel Erde hat, dann ist es ja egal. Aber jetzt hätte ich da nicht verprest. Das ist auch cool. So. 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 Das ist ein Kiespott. So. Hm. Jetzt habe ich Scheiße dazu gemacht, bevor wir gerade noch runter wurden. So. So. 25 bis 3. Jetzt mal rechnen. So. 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 Dann mache ich jetzt mal dieses Holz noch. Zäune weg. Ah, da ist die Tür. Ich wollte es doch gar nicht. Jetzt die Tür noch weg. So. 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 Da kann man nämlich hier noch Zeug ansetzen, beziehungsweise sehen. Räume? Nee. Ja, das ist eine Idee, aber was bisher noch mal was anderes. So, passt. So, da haben wir ja wirklich wesentlich geschafft. Wir haben die nächste Zeit wieder zugebracht, wir haben Schwein gefangen und wir haben auf jedem Fall wieder Sachen. So, da möchten wir uns dann eine bessere Hacke herstellen, das können wir ja jetzt so machen. Die geht dann natürlich für diesen Eisenabbau gut ist, weil wir brauchen mindestens ein paar Eisenbahnen, dass wir zum spiel die Schaufel nehmen können, dass wir uns ein bisschen was herstellen können. Und bis dann wahrscheinlich aus, 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 so eine Axtbahn. Na, zum Glück haben wir Holz. So. Schaufeln. Oh, das ist meine Spitzhacke. Ja. Aber eine Schaufel brauche ich unten draus. So. Und da würde ich sagen, wir sehen auf jeden Fall uns im nächsten Mal wieder in Part Nr. 10. Und machen dann das Abbau und den Amin, würde ich sagen, und den Zaun rexer rum. Man sieht ja, wir brauchen Fackeln erstmal schön zum Ausleichten und dann den Zaun, weil sonst hat man ständig irgendwelche Angriffe. Die Insel ist ja richtig fies für den Graepern hier. So, dann viel Spaß. Bis zum nächsten Video.